Climax Zyklon Handstaubsauger Multisensation. Das geniale und kompakte Gerät für das leichte und schnelle Staubsaugen zwischendurch. Ideal als praktischer Handstaubsauger für oben. Ideal als hygienischer Bodenstaubsauger für unten. Ein Gerät. Zwei Funktionen. Der Climax Zyklon Handstaubsauger ist extrem leistungsstark und ohne Saugkraftverlust durch die patentierte Zyklontechnologie. Und er ist leicht, denn der Schwerpunkt des Gerätes befindet sich am Griff. So lässt sich der Zyklon Handstaubsauger einfach hochheben. Staubflusen, Spinnenweben an der Decke, Fensterrahmen oder Jalousien sind in Nu von Staubflusen. Staub und Schmutz befreit. Auch Ihre Tastatur wird wieder blitzblank. Mit den zwei Steckrohren machen Sie aus dem Handstaubsauger einen richtig starken Bodenstaubsauger. Saugen Sie so bequem Ihre Böden und Teppiche. Die mitgelieferte Universalbodendüse nimmt sicher Schmutz, Staub, Krümel von allen Böden und Teppichen auf. Und das kennen Sie. Der alte Staubsauger ist schwer und man bleibt überall damit hängen. Das macht wirklich keinen Spaß. Nicht unser Cleanmax Zyklon Handstaubsauger. Er ist leicht und ein echtes Multitalent. Natürlich ist der Cleanmax Zyklon Handstaubsauger umweltfreundlich. Er spart 60% durch die Energieeffizienzklasse A. Der Cleanmax Zyklon Handstaubsauger. Leistungsstarker Hand- und Bodenstaubsauger in einem. Hier erhältlich. Ich bin dann der im Grundeck in eines Abonema. Hier erhältlich. Das macht ihn nicht.